Es ist endlich soweit, unser erster Livestream steht bevor und zwar diesen Freitag bereits schon am 27.02. ab 19 Uhr. Das Ganze wird auf Hitbox stattfinden, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und die Leute, die vielleicht Hitbox nicht kennen, ist eigentlich eine neue Plattform, ähnlich wie Twitch. Nur meiner Meinung nach auf jeden Fall besser, bietet mehr Potenzial. Ist halt natürlich noch relativ jung, aber die Qualität stimmt definitiv bei Hitbox. Und ja, was wird gezockt? Was werdet ihr sehen an dem Livestream, an unserem ersten Livestream? Ist es so mehr oder weniger, ja, wie gesagt, der erste Livestream ist auch ein bisschen so ein Test, wie läuft es, wie kommt es von der Performance rüber, etc., etc. Also es wird noch nicht alles perfekt laufen, das ist klar. Aber irgendwann muss man mal einen Anfang machen und ich denke, mit euch kann man da auf jeden Fall einen richtig geilen Anfang machen und das ist auch das richtige Stichwort. Es wird auf jeden Fall mit euch gezockt, gezockt wird Forza Horizon 2. Das liegt jetzt ein zu einem daran, da ich den Livestream erstmal alleine machen werde. Die anderen werden vielleicht zuschauen oder mit im Chat dabei sein. Aber jetzt vorerst mal mache ich das alleine, weil ich halt erstmal so mehr oder weniger der Technikfreak bei uns bin und dann so ein bisschen auch ein bisschen ausprobieren will, bevor wir dann sagen, wir machen es mit allen. Also deswegen erstmal Forza Horizon 2 wird gezockt auf der Xbox One. Das soll aber die anderen Leute jetzt hier nicht abschrecken, die jetzt zum Beispiel wegen World of Tanks oder so weiter hier sind. Also wir würden uns auch freuen, wenn ihr einfach vorbeischaut. Es geht auch so ein bisschen um gemeinsam labern, gemeinsam zocken. Wie gesagt, ich kann dann auch einige Fragen, wenn ihr Fragen habt, beantworten. Das soll einfach so ein gemütlicher Abend werden. Wie gesagt, am Freitag soll das Ganze stattfinden. Ab 19 Uhr einfach da unten auf den Link klicken. Ihr könnt natürlich auch schon den ganzen Stream followen. Dann kriegt ihr auch direkt eine E-Mail, sobald der Stream gestartet ist. Ja, das war es eigentlich schon. Allerdings für die Leute, die keine Geduld haben, sagen wir es mal so, wird es heute Abend, richtig gehört heute Abend, am Mittwoch, wird es auch noch einen kurzen Test-Stream geben. Das heißt, es wird nicht offiziell sein. Das sage ich euch jetzt einfach für die Leute, die bis zum Schluss hier zugehört haben. Und zwar könnt ihr heute Abend, am Mittwoch, ich denke mal auch so ab 19 Uhr circa, werde ich auch noch mal einen Test-Stream starten. Was ich da spielen werde, werdet ihr dann noch sehen. Auf jeden Fall auch auf der Xbox, was wir dann spielen, das seht ihr dann noch. Genau, also für die Leute, die heute Abend vielleicht ein bisschen helfen wollen. Es soll jetzt kein so mega krasser Stream werden, sondern es ist einfach so, wie passt von Sound, Einstellungen etc. Oder lagts oder sonst was. Also es ist viel getestet wahrscheinlich auch, also wird nicht viel gezockt wahrscheinlich werden. Also einfach viel so, ja, Testerei. Also die Leute, die da vielleicht aushelfen wollen oder sowas. Wäre cool. Und je nachdem wird der ein oder andere Moderatorrecht vergeben. Moderatorrecht, kurze Erklärung, sind die Leute, die so ein bisschen im Chat aufräumen dürfen und ein bisschen ein paar mehr Rechte haben während dem Livestream. Und ja, würde mich freuen auf jeden Fall, wenn heute Abend auch schon ein oder zwei Helfer dabei wären. Und ansonsten bin ich raus. Ich freue mich auf jeden Fall auf Freitag, auf alle möglichen Gesichter und Leute. Vielleicht auch ein paar neue Leute mit dabei. Würde ich mich freuen. Und ja, wir hören und sehen uns vor allem am Freitag. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Ray. Euer Ray. Euer Ray. Euer Ray. Euer Ray. Euer Ray. Euer Ray.